Willkommen zurück Leute, wo war ich hier eigentlich? Ach, hier war ich. Ah, Moment. Schon besser. Ja, nehme ich das alles mal mit. Da, 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 weil ich will es ja nach oben. Wir sind ja noch mal nach oben. Hier. Ähm. Ich weiß das grad gar nicht, aber... Verlass mich mal auf mein... Ähm. Seit wann geht's hier jetzt noch weiter? Ich wollte eigentlich nur kurz Verbesserungen am Haus machen. Und mehr nicht. Zur Not grab ich mich jetzt gleich einfach nach oben. Muss ich mal... So. So. Ist doch abartig. Mann. Ich würde noch kurz nach oben. Ja. Nein. Ich sehe bestimmt gerade auch gar nichts, aber... jetzt sag mir nicht, dass es draußen auch noch dunkel ist. Aber ich kann mal eben ein... Moment. So. Ich habe nämlich nicht mehr viel Zeit. In 13 Minuten bin ich wieder weg. Ja. Und dann... Oh, ja. Fehl. Grabe ich mich jetzt einfach gerade aus nach oben. Weil ich jetzt grad keine Lust auf Hilfe hab. Oh, Licht. 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 Die Erleuchtung. Ach, und jemand hat auch geschrieben, dass ich ein anderes Texture Pack nehmen soll. Ja. Dann solltet ihr auch mal eins vorschlagen. Ich hab ja gesagt, ich probiere gerne welche aus. Ich finde das hier gut. Und... Ihr solltet mir dann welche... Die Namen geben. Ich suche das dann und... Dann... Wenn es mir nicht gefällt, mache ich... Also ich mach's da auch manchmal rein. Aber wenn es mir nicht gefällt, dann... Wenn es wirklich richtig scheiße ist, dann benutze ich gar nicht. Oder... Ach ja, sind ja... Hier unterm NPC, doch war das doch. Ähm... Oder ich hab's dann ein paar drin und dann... wieder irgendein anderes. Oder ich mach einfach gar kein Texture Pack, aber... Das ist auch langweilig. Finde ich jetzt. Ihr... Ja, könnten ja einfach schreiben. Kommt an. Welch ist Texture Pack? Ich nehme so... Aber hier rüber. Aber wie lange ist das denn noch? Boah. Ah, da... Ich sehe schon die Farm. Da sieht man schon die Farm. Das gut. Das ist gut. Au. Au. Hier noch schnell hoch. Und was ich machen wollte, ist... Einfach... Das Haus ein Hörer, weil... So sieht das nicht gut aus. Also... Hier, wo ihr jetzt wollt, ist... Cleanstorm hin. Und... Und... Ja... Zweiter Tag... Also alles ein Hörer nach... Also... Ja... Ist jetzt nicht so aufwendig... Boah, Mann. Ich tue es einfach alles hier rein. Das nicht. Zack, 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 zack. Ah, ich hab' ich wirklich kein Cleanstone mehr. Das ist ärgerlich. Holz. Nehme ich mal mit. Das da. Cleanstone. Kein Cleanstone. Cleanstone. Glas. Glas. Ja, da musste ich noch mehr Cleanstone reinpacken. Haben wir überhaupt Kohle? Drei Stücke. Boah, ne. Jetzt haben wir wirklich nur noch... Naja. Dann muss ich bald noch mal Kohle warm. Deswegen war ich eigentlich auch im Cave, glaube ich. Aber ist jetzt auch egal. Ich mach' jetzt das hier und... Darb auch mal jetzt nicht so gut hin, Grunde für. Wobei... Das... Der Cleanstone, glaube ich, auch reicht, oder? So lange ich mich nicht verbau, wird das schon. Ähm... Wie viel Zeit hab' ich noch? Acht Minuten? Komm, dann schaff' ich doch. So lange ich mich nicht verbau, wird das schon. Einmal durch hier. Einmal durch hier. Okay, der klingt zum Recht nie im Leben. Never. Wie das hässliche Holzweg? Naja. Hässlich nicht, aber... brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja. Was kann ich denn noch reden? Ähm... Ja. Ja. Wie siehst du bei euch? So... Ne, das Thema ist auch scheiße, weil das hier so Freizeit. Egal, wie sieht's bei euch so denn bei der Schule aus, äh... Auf die Schule geht ihr... Klasse. Und seid ihr gut in der Schule, oder nicht? Also ich bin ja, äh... Realschule 8 der Klasse und... Ja. Halbjahreszeugnis war Notendurchschnitt von 4,0. Ja... Also schon relativ gut. Ah. Haha. Sehr gut bin ich. Nein! Hier auch. Egal, das... Nein! Mach ich das Holz jetzt von unten weg und, äh... Das klingt so, und das mach ich dann jetzt gleich auch noch. Komm schon! Aber so sieht das schon besser aus. Das ist nicht so... Engel... Engel, da kann ich das auch alles ein... Na, machen wir gleich. Ja. Da kann ich jetzt noch nicht mehr sterben. Ich... So... ... zu einer arbeitfähig... ... schon doof, weil... ... man hat es gebaut und man muss ein wenig abreißen, nur weil irgendwas falsches. ich hab am Anfang doch glaube ich sogar noch gesagt dass ich das so nicht so gut finde wieso habe ich nicht einfach eine Hörer machen na hätten wir das Problem jetzt nicht aber egal ich muss trotzdem weil ich wohl auch nicht in einem Haus wohnen was für uns nicht gefällt und ja ich weiß dass ich jetzt schon bei Part 28 bin 29 28 ja doch 28 glaube ich und ich weiß dass mein Hausmann nicht fertig ist aber das ist doch eigentlich egal man soll sich doch lieber ich lass mir Zeit ich hätte es nicht alles so wieso denn auch erstmal sammle ich so Materialien wo ich jetzt ganz schön viel Eisen hab und dann kann man auch Sachen bauen ja und das Holz hier ist gleich auch weg zum Glück die gleich ist gut dort bestimmt noch ein bisschen ich glaube dann werde ich irgendwann bald mal leveln und mich an ein um um an diese Entschärten Tables ran machen um habe ich auch noch nie wirklich ich benutze ah man kommt weiß was ich mach jetzt so mach ich mir jetzt eine Stein Axt immer noch besser als mit der Hand das geht ich kann das auch nach unten laufen und dann einfach noch eine Eisen Axt machen aber ist ja jetzt gleich fertig und dann gehe ich schlafen und dann hole ich ein Klee zu außen auf und dann machen wir weiter vorausgesetzt wir haben genug Zeit ich habe noch drei Minuten ah komm komm schon das schaff' mal das schaff' mal erstmal das hier einsam ja drei Minuten schaffe ich schaffe ich los durch das ist erst hier raus auch das war hier das wird auch nicht reichen ab jetzt genug Holz und jetzt rennen rennen wir leben los auch neben trinke ich mal eben was st so Beilung oh zwei Stück baut sich jetzt reichen was das hier hat und so gilt es das ist nicht normal jetzt darf ich nicht runterfallen oh oh ok 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 1 2 3 4 nein zwei steine und da hab ich drei verbaut man egal hab schon drei minuten wieso verbaue ich mich die ganze zeit 4 gibt's doch nicht wieso gilt das denn jetzt ich rede okay internet ist noch an Z 1 1,2,3 Zeit oh oh Leute 10 Sekunden Lass da kann ich schon mal nach unten gehen ich nehm das hier noch weg mal ja 5 Sekunden von wer schneller oder ich 1 0 hab ich grad gegen den Klamot gelaufen ok hier steht Timer Ende ja Leute bis zum nächsten Mal Tschüss